Hallihallo meine lieben Mitzocker und Mitzockerinnen und herzlich willkommen hier bei wie schiebe ich ein Schwein vor mir her auf den Schienen. Ok zwei Schweine. Schweine Parade. Jetzt nur eins da. Naja egal wir sind hier auf jeden Fall bei Winterzeit und bauen uns hier so eine kleine Karrierabahn drum rum. Wird jetzt auch noch mal in den TS zu den anderen Chaotikern gehen. Äh joink joink. So da sind wieder alle. New Toka is back. Back at black. Äh. Endlich hab's geschafft die Mitte rauszuholen. Wow. Zur Mitte zur Titte zum Sack zack zack. Oder? Das sieht so komisch aus manchmal hier. Ähm. Ja. Ich denke es ist klar was das sein soll. Hehe tschüss. Das wurde ja schon erkannt bevor es eigentlich richtig fertig war. Und ja. So dann wollen wir mal gucken dass wir das irgendwie geregeln. Hallo. Hallo. Ach der Lykan ist auch wieder da. Hallo Lykan. Hallo Nord-Lykan. Wie geht's dir? Am liebsten gut und dir? Ach das geht's mir auch. Was machst du hier? Bisschen Loren am Spam. Warte. Warte. Wicht los. Auf zum Atem. Oh nee. Oh. Bombs macht. Oh. 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 Was du tun? Oh man. So. Ich will da einen Creeper reinpacken. Creeper. Ich glaube in einem fährt schon ein Skelett rum wenn das noch nicht ist. despawned ist oder verbrannt oder was auch immer. Schwein geh mal weg. Ey lass mal die Schweine in Ruhe. Die kann man dann nochmal Creeper da rein spawnen lassen. Du musst die halt so überfahren. Beziehungsweise die Schweine reinschieben. Aber ob das mit Creepern auch so geht? Hallo Creeper. Yeah. Oh nein. Andere Richtung. Andere Richtung. Der Kirk dabei. Nein. Er hat Spaß. Er hat definitiv Spaß. Ha Creeper. Ähm. Also ja. Ich spiel Pokémon. ja man. Oh man. Zack 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 zack. Toll. Das weiß ich nicht mehr was ich bauen soll. Ich habe eine Carrera-Bahn und einen Weihnachtsbaum. Das ist peck. Bau doch n. Ein Schild. Ach ne. Ist das meins? Nein. Das ist nicht mein. Da hinten. ich baue doch ein burgerhaus ja gute idee aber nein ein baguette aus ich können ganz nackt den schwein hierbei malore fahren zu gucken und ich muss erstmal wieder ein dings finden jetzt mein dorf dein dingsbums ja die orientierung bei lykan ist nicht so ich habe überhaupt noch gar nicht bei lykan geguckt ich muss mal gucken wo der überhaupt ist das sind weit weg bei den koordinaten fünf millionen ich bin recht in der nähe teilweise in der nähe bist du da richtung pakoidra ja auf der anderen seite von pakoidra eigentlich direkt gegenüber da sehe ich halt 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 da ja da ist da jemand von otoka fliegt da unten lila dach lila trott ne und arschbombe das hier was hier drin kann man sich verstecken ja ich hab ne toka ja ich hab ne toka abhielt was zieht denn hier unten so so was hat er denn hier er hat einen brunnen was steht da dran wahrscheinlich ein eimer oh ein eimer ladigal was soll denn das hier werden soll es eine scheude werden oder wie oder was nein ein rathaus aber ein rathaus muss doch rund sein sonst ist doch kein rad in anbetracht dass die kerzen jetzt rot sind werde ich leider verziehung mit blau machen sonst wird das zu viel rot die sind gemacht aus blut von den opfern kieler kärz n immer das hier nehmen wir mal zyran zyankali nein aber da ist ja mein weihnachtsbaum das gute ist den sieg mal weit du okay wieso können jetzt alle ein gemeintam das schöne heilnachtslied die schweine die spawnen die schweine die spawnen ja wir sind nur noch leere lohren man hat das nicht da auf ach ne da ist noch eins drin oh und noch eins ah dann war das nur das skelett was despawned ist okay verwalterschwein gut gemacht schwein erstmal schlicht so rennschwein roh die rüssel kennt ihr das kann jetzt einfach sehen dass die das baum ohne zu tief ist zu fliegen und er weiß bestimmt nicht dass er hier die ganze zeit beobachte ja du bist im stream verdammt aber unregistriert oh ne ja schon so und er weiter zurückkommt so haben zurückkommt von mir auch ich kann es jetzt schneien auch wenn das deko jetzt nicht so bombe ist das deko aber der adventskranz ist fertig oh denn das deko ist konkret jetzt ist mein tablet aus wieso wieso akkural das ist oh wie schön in der zeit hat es ja total viel geschnallt wo ich den adventskranz gemacht habe und jetzt ist mein dorf schön weiß na wo ist mein steinziegel ooooh ein ziegel steinziegel steinziegel ein ziegel ein ziegel ja was ist denn weihnachtlicher als eine carrera bahn wo fängt denn das an egal aber da kommt ein schweinkrad guck mal da kommt ein fahrer ein zahlender gast wie geil tschüss schwein achja übrigens du hast ja hatten wir nicht irgendwann mal die rede darüber dass schweine fliegen na wir haben immerhin fahrende schweine dann kommen wir hier zur rampe denn jetzt fliegen die schweine oh nein eins ist oben hängen geblieben weil stau war äh so runter mit der oh man aber carrera bahn da kann ich mich noch gut dran erinnern das ist eins der top weihnachtsgeschenke ja deswegen deswegen ach ja es gibt eigentlich kaum was weihnachtlicheres als eine carrera bahn das stimmt außer ja das ist ein adventskranz hast du richtig gesehen kack scharf aber ich glaube nicht dass man kranz mit z am ende schreibt kranz 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 mit z ja doch klar doch klar oh man ihr seid welche jetzt bin ich irgendwie gar nicht dazu gekommen hier äh großartig in meinem dorf weiter zu bauen weil ich nur Adventskranz gemacht habe nein nein aber ja ich denke für die leute von youtube sollte es das hier erstmal gewesen sein wir machen hier wahrscheinlich noch ein bisschen weiter und ähm ja gucken mal was noch so läuft also auf hitbox läuft der stream jetzt noch ein bisschen weiter aber für die leute die bei youtube gucken ist jetzt äh der der ja dieses eine stunden special zum advents vorbei und ähm ja ich hoffe es hat euch gefallen und ihr schaut irgendwie auch mal demnächst wieder rein wenn wir vielleicht wieder winter zeit streamen also bis dann tschüss tschüss so ich werde natürlich noch weiter streamen ich schneide das dann später so dass nur die eine stunde du bist so böse was sagt ihr zum adventskranz ich war noch nicht gucken aber die lüge kann hat ja mein stream leider nicht mehr verfolgt wo mein tablet gerade ausgegangen ist akku leer das ende habe ich nicht mehr gesehen ein zuschauer ist weg ich verfluche dich akku ladezeit von dem tablet das kommt davon wenn man aber die ganze nacht ausguckt der lüge kann hat die ganze nacht pornos geguckt dann spoilern wir mal was willst du bei porno spoilern wie war es mit lüge an seinem berg spreng ihn spreng ihn der kommt noch das ist ja das größte das ist ja nur kleinigkeiten kommen ja nicht mehr viel nach spreng ich ihn du hast den keller ja noch nicht ausgearbeitet was tust du eigentlich die ganze zeit ich habe zwei lampen und da habe ich zaubern gemacht oder zwei lampen wo ich muss ja schon sagen eine stunde zwei lampen ich würde dich feuern ich bin immer voll wie viel er machen hätte können wenn er zu zweit gewesen wäre ei 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 wenn ich dein chef wäre und sage ey bau da mal ein dorf und du sagst ich baue in einer stunde zwei lampen ich würde dir eine klatschen ohne kräfte keine gewalt am arbeitsplatz das wird eisentem behandelt das naja so ist das so 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 ok was für eine tür mal richten wo ist denn der da ist der perfekt ach ja ich kann ja mal eben gucken da das ja jetzt nicht mehr auf youtube landet ob ich vielleicht irgendwie eine weihnachts playlist finde ich einfach mal so so starten kann damit mal ein bisschen musik bei mir im hintergrund ist so bad christmas song 2014 playlist wollen wir die mal ausprobieren bad christmas oder best best okay so last christmas last christmas i gave you a nein 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 hey baut da nicht ein wenn ich die playlist suche du fuck ähm alex ist die musik ok oder geht's ist ok oder geht's das ist eigentlich eine gute taktik gar nicht erst die option zu beschwerde geben das ist äh nicht schlecht ja so wird das halt gemacht so geht's äh so oh je zahlbar dunkel hier drin eieieieieieieieiei ein boden mit hückel mit hückel mit hückel mit hückel wahr ne ich will mehr hückel ich will mehr hückel 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 huckel man die musik ist schieße in ordnung Okay, läuft bei dir Alex Läuft Guck wahrscheinlich auch im Tablet Ich hasse es ja auch am Tablet immer so Zu kommentieren oder zu schreiben oder Einfach nur Kacke Außer du hast eine Tastatur An deinem Tablet Und sowas kann ich mir nicht leisten Ich krieg auch kein YouTube-Mann Ich versteh es echt nicht Also das ist für mich bis heute Eins der größten Rätsel Dass du so ungertet bist Auf YouTube mit Toko Ach, alles Kunstbanausen So Weißt du, es gibt halt einfach so Leute Auf YouTube Die sind einfach Schlecht geratet, weil die halt einfach Nichts Besonderes haben oder so Und du bist so Voll authentisch mit dem, was du machst Ich bin was Besonderes Und bist trotzdem down YouTube ist echt komisch Ich laufe auf den Schienen Auf meinen Du läufst auf meinen Schienen Aber ich bin mir jetzt nicht so sicher Ja doch, mach da Oh, Skelett Oh, bist du in Lava gefallen? Oh, jetzt bin ich mir fast sicher, dass er bei mir ist Ja, der Weihnachtsbaum Weihnachtsbaum, Weihnachtsbaum Wo bist denn du, Notoka? Ich bin gerade unter Tage Was machst du unter Tage? Schon keine Tage Ja, ich bin im Weihnachtsbaum Ich habe einen Wartungsschacht für den Weihnachtsbaum gemacht Wo ist denn jetzt hier Tidus? Hallo Ich bin im Weihnachtsbaum Tidus? Ja, hallo 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 Ich habe hier einen Wartungsschacht Wie geil Da versuche ich halt irgendwo dann jetzt Redstone-Signal einzuschleusen Mit einem Tageslichtsensor Keine Ahnung, wie das funktioniert Noch nie gemacht Och, kommen wir schon hin Ah, Lykan hilft dir da im Notfall bestimmt Was bei den Redstone? Lykan, kennst du dich mit dem Tageslichtsensor aus? Ich finde den komisch Ich glaube ein bisschen Aber ich bin mir nicht so sicher Ach, damit die dann auch erst nachts angehen, ne? Na, ich bin sicher, die Ist doch sonst kein bisschen Richtig cool Musst du dann Zwar nochmal Alles abreißen Austauschen gegen Redstone-Lampen Ja, hab ich schon halb Das geht ja fix Ich weiß nur nicht, wie dieses Ding funktioniert Naja, stimmt Da sind schon ein paar drin, ne? Verstärker Redstone-Komparator Brauchen wir so'n Ding da? Hallo? Hallo Schalter? Da ist ein Schalter dran Was bringt der? So 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 Ich wollte eigentlich gerade mal was suchen Weil Was wolltest du suchen? Ich wollte Fakten erzählen Ähm Wusstet ihr Dass jeder zweite deutsche Arbeitnehmer Ein Auf der Weihnachtsfeier Ein erotisches Abenteuer sucht? Oh nein Jetzt Komm jetzt die Weihnachtsfeier Ich bin einer nach vorn Ja geil Schön die Sekretärin weggeknallt Ähm Was? Hat einer was gesagt? Ähm Ähm Äh Warum hab ich eigentlich den Squadslab noch dabei? Das hast bestimmt bei mir geklaut Ganz sicher Sau Weil wir ja nicht unendlich Ressourcen haben hier Ja und? Ich hab das mühselig gefarmt Ja klar Glaub ich dir sofort Zack 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 Jetzt hab ich Ja ich guck mal ob in dieser Place Last Christmas ist für dich Okay Okay Das wird sich wie mit Last Christmas gewünscht But the very very way You give it your way Und gay wird er gay? Ja Ähm Äh durch welche Blöcke geht's Redstone durch Klaas? Also Redstone Signale geht durch Klaas oder? Irgendwie hat's also Pläne ist wieder ausgeräumt Ja 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 Das schafft nur ne Erd Robi hat dich hart Oh es regnet schon wieder Es regnet hier viel zu oft Solange es nicht gewittert ist alles noch rum Ja es kommt bestimmt jetzt noch Ähm Gehen wir das haben wir haben Keine Ahnung Ähm Heute schneit's aber wirklich oft bei uns ne? Ja das ist weil ein paar Koltra nicht da ist und alles weg war Oh toll wie regnet's Das ist ja für ungefähr Man ist doch mal Tag werden ich will wissen ob die Schaltung funktioniert Ui und da fährt ein Schaf vorbei Tschüss Schaf Ja Oh es wird ne extra Runde Hmm Pum 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 Drei Zuschauer! Sehr schön! Freut mich! So, jetzt haben wir hier den roten Stein. Du, du Lykan! Ja? Wie kann man Redstone-Signale interpolieren? Was? Interpolieren? Ja, tauschen! Dass ein Signal an zu einem Signal aus wird. Mit einer Redstone-Fackel? Die musst du mal auf einen Stein oder sowas setzen, oder wie ist das dann? Ja, glaub schon, ja. Warte. Ja, mach doch nicht. Ich muss hier bauen. Bau Ruhe und ignoriere mich. Alter, das darf doch voll lang dauern. Last Christmas. Last Christmas a gay gave him my heart, oder so. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Was willst du denn machen? Ich will ein Redstone-Signal in die Höhe fortpflanzen. Aber halt... Interpoliert, glaub ich. Glaub ich. Das ist schon super. Glaubst du? Das klingt ja schon sehr ausgetüftelt. Oh ja. Der schneit ist. Und da regnet's. Ach, ich glaub ich hab's hingekriegt. Yay! Oder das Signal hört einfach hier auf. Das kann natürlich auch sein. Hm. Säune connecten nicht an... ...an Treppen. Im Baum. Na, im Baum. Hinten dran ist ein Wartungseingang. Wo ist er? Wieso reden wir so behindert? Weil wir... ...so reden wollen? Keine Ahnung. Achtung, hier geht's rein. Zack. Wartungseingang. Ah. Da kommt die Schaltung rein. So. Und ich will hier hinten ein Tageslichtsensor. Ne? Ich hab jetzt meine Redstone-Fackel als Simulation des Signals gemacht. Und dann soll's halt hier reingehen und oben die Sachen. Also die... Die Redstone... Ne. Heißt Redstone? Die Redstone-Lampen. Ansteuern. Aber ich bin ein Noob. Ich glaub du bist noch viel zu niedrig. Wie dann? Was meinst du mit zu niedrig? Ja, die Redstone... Das sind Redstone. Äh... Ja, 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 ja. Ich bin noch... Ja, das... Das weiß ich. Ich bin noch zu niedrig. Aber... Äh... Trotzdem weiß ich nicht, wie's geht. Verstärken? Hm... Geht nicht. Verstärker? Zack. Geht nicht. Ne, wenn... Nein. Wenn... Auch genau ein Verstärker. Verstärker? Ne, ist ein Komparator. Verstärker? Geht nicht. Wann geht das nicht? Jetzt geht der. Ah, den muss man richtig rumdrehen? Mhm. Ah, okay. So... Und jetzt kann ich ja quasi wieder hier in die Höhe. Und wie krieg ich jetzt das Signal von ON auf OFF gewechselt? Muss ich da so und so? Ja! Ich glaub das ist... Ich hab was gebaut! Wir haben blau und schlau gelöst! Ja, sehr schön, sehr schön. Ich glaub so ist das richtig. So kann das funktionieren. Ist schon wieder Tag? Sonne? Ja. Ja, ich glaub schon. Weiß man nicht bei der Witterung. So, ich muss mal kurz nochmal upmod machen. Er macht alles kaputt! Muss grad nochmal upmod machen und dann hoffentlich hier weiter basteln. Also... Okay, bis gleich! Bis gleich, meine Süßen! Bis gleich! Ich piss gleich! Mikrofon muted. So, das war wieder mal eine wunderschöne Folge Winterzeit. Äh... Ja, äh... Schaut das nächste Mal wieder rein. Wenn, äh... Ja, ich nehm auf jeden Fall noch eine Folge mit dem Lukan LP und dem Titus auf. Und danach werd ich die Session dann erstmal beenden. Wenn's euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und ansonsten, äh... Schreibt mir in die Beschreibung, was euch nicht gefallen hat. Bis dahin macht's gut! Tschüssi!